Es ist schön, dass es Feuerwehr gibt. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Sie sind immer da, wenn man Hilfe benötigt. Sie machen eine tolle Jugendfeuerwehr, wo mein Sohn aktiv ist. Weil ich froh bin, dass ich schnelle Retter um die Ecke habe. Wenn es mal brennt oder wenn eine Katze im Baum sitzt. In meiner aktiven Dienstzeit bei der Feuerwehr haben wir etlichen Menschen helfen können. Das ist ein schönes Gefühl. Andere Leuten zu helfen, das ist das A und O. Wir sind ausgebildet und können das. Bei der Feuerwehr gibt es verschiedene Schläuche. Erste Hilfe. Man muss verschiedene Knoten können. Fahrzeugkunde machen wir. Man muss die Kraft dafür haben. Es macht einfach Spaß in der Gemeinschaft zu arbeiten. Man arbeitet als Team zusammen, man lernt Leute kennen. Ich kann nur den Hut ziehen vor der freiwilligen Feuerwehr. Wenn was passiert, dann ist die Feuerwehr immer an meiner Seite, das weiß ich. Wir sagen Ja dazu, gar keine Frage. Weil Feuerlöschen keinen Spaß macht als Eigentümer. Ich bin dabei. Stellt euch vor, ihr drückt und alle anderen drücken sich. Darum Ja zur Feuerwehr.